Mein Name ist Ruhl Lintelmanns, ich bin der Küchechef von Les Solis bei Pierre Gagnères im Waldorf Astoria. Wir sind in diesem tollen Restaurant im Waldorf Astoria, ein neues Fünf-Sterne-Haus in der Stadt. Wir haben sehr viele Berliner und deutsche Gäste, die zu uns kommen und zum Abendessen. Ich bin Koch geworden, weil es immer ein Traum war, um in einem Ständerrestaurant zu arbeiten als kleiner Junge, wenn ich mit meinen Eltern essen gegangen bin in große Restaurants in Belgien und Frankreich. Ich beschreibe meine Küche als modern Französisch durch diese Pierre Gagnères Einfluss aus Frankreich, die sehr wichtig für uns ist. Er ist der Namenträger vom Restaurant, mein Chef, und gibt uns seine Geschichte weiter, seine Kochgeschichte von den letzten 40 Jahren weiter, in die Küche, die wir heute hier machen. Ein Highlight auf unserer Karte im Les Solis in Waldorf Astoria ist eine gebratene Langoustine mit Terdesienne, grüne Linse, Sojasprosse und Rotkraut. Der Titel Berliner Meisterkoch bedeutet sehr viel für mein Team und mich, weil das eine schöne Anerkennung ist von unserer alltäglichen Arbeit. Der Titel Berliner Meisterkoch